So, habe ich den ganzen Müll jetzt hier weg? Nee, hier vorne liegt noch scheiße. Das kann auch weg. Alles da rein. Aber ich muss doch nur hier aufräumen, da hinten, das habe ich nichts mehr zu tun, ne? Das gehört mir gar nicht. Was ist das für ein Fragezeichen hier? Müllbeutel oder was? Was ist denn das? Dekoration, Regale, Müllbeutel, kann ich das weg? Nee. Ach, hier. Ach, guck an, den, äh, den, äh, Bums hier. So, okay. Ach, wirklich, hier, hier, hier. Geht das auch da rein? Nee. Also, ab zum Container. Was sind da alles für Fragezeichen? So, warte mal. So. Kann ich noch mehr jetzt hier reinschmeißen? Die Uhr auch? Nee. Den PC? Nee. Sonst geht nix, ne? Mal gucken. Die Flaschen, nein. Da kommt der nächste Kunde. Äh, guten Tag. Hallo, Herr, Hartley, welcome to my Tankstelle. Ja, Cowboy. Die sehen schon wieder aus wie da eine Typ von eben. Kommen sie öfters? Oder sind sie alles Zwillinge? Haben sie Inzucht gemacht? Also ihre Eltern, nicht sie. Ach, sie will tanken und so. Die sind immer für ein freundliches Gespräch zu haben, oder? So. Was will der haben? 14,09. So. 14,09. Hamster, grüß dich. Nice. Ja, nice, ne? Das findest du schön, ne? Ja. Ich auch. So. Warum? Ach, guck. Guck mal. Ach, guck mal hier. Kann ich alles wegschmeißen. Geil. So. Aber den Reifen hätte man doch noch hier irgendwie verwenden können, oder so. Das Ding doch auch hier, ne? Oder? Das brauchen wir vielleicht noch irgendwann. Und die Regale brauchen wir vielleicht auch. Weiß ich nicht, wa? Ich schmeiß das erstmal da hin, alles. So. Kann man die Regale nicht mehr verwenden? So. Was ist denn das? So. Der Reifen sieht doch noch gut aus. Oder? Holger, wie geht's dir? Holgarschen. So, noch eine Türe. So. Einkaufswagen, der ist auch noch gut. So, den schmeißen wir auch weg. Alter, wie viel ist denn das hier? So. Und den kleinen Tisch brauchen wir auch noch. Oder muss ich das wegschmeißen? Weiß das jemand? Hier, Blech, das kann weg. So. Aufgabe erledigt. Kaufe einen Besen, nehme ihn in die Hand mit Tab. Wo krieg ich den Besen hier? Wo krieg ich den Besen hier? So. Alles wegschmeißen, echt? Och ja. Das sind aber gute Möbel. So. So. Okay. Jetzt haben wir fast alles sauber. Fast. So, Altpapier noch weg. So. Die Matratze wahrscheinlich auch. Ja, guck. Das ist die Matratze von Denina Power. So. Ja. Ja. So. Ja, cool. So. Okay. Ja, guck mal. Wie geil, ne? Oh. Hallo, Officer. Warten Sie. Warten Sie. Sie sind schon wieder hier. Haben ihre Route beendet. 12,9. 12,9. Pass auf. Tranto, wie geht's dir? Battle King. Alles gut. 12,9. Ja, habt ihr ein bisschen mehr gegeben, ne? Wenn ich mal was zu schnell fahre, können Sie ja... Interessiert Sie gar nicht. Okay. So. Ach, Gott. So. Ja, bin ich fertig mit dem Spiel jetzt, oder? Haben wir durchgespielt? Ach, guck mal, das kann ich auch wegschmeißen. Ja, aber der Container ist doch voll. So. So. So, okay. Das Auto kann ich nicht wegschmeißen. Ja, das war es, oder? Oder ist das alles von mir hier? Das ganze Ding hier? Der ganze Bums? Ne, ne? Ist das alles von mir? So. Müllabfuhr kostet nix. Abholen. Echt? Warte, ich kann auch Müll abholen lassen, oder was, ne? Werkzeuge. Ich sollte einen Besen kaufen, ne? Habe ich, okay. Besen gekauft. Wie kann ich denn... Lieferung? Geschlossen. Kann ich das nicht abholen lassen? Fegen. Ach so. Ich muss fegen. Links auf dem Bild... Dein Bildschirm. Ohne einen Cent dagelassen zu haben. Was? Hole den Besen aus im Inventar und fange an zu fegen. Ja, haben die einen Schaden, oder was? Linke obere Ecke, Verschmutzung. Halte, gedrückt. Kommen die Kunden nicht mehr einkaufen. Ja, verdammte Scheiße. Ja, passiert doch nix. Kunde Kraftstoff. Warten Sie mal, ich mache ja... Oh! Warte, ich mache das wieder... Ja, regen Sie sich nicht auf. Ich mache das wieder richtig... Ich weiß nicht. So, warte. So, so ist alles gut. So, warte. Scheiß Besen weg. So, warten Sie mal. Äh, hier. Wie geht das denn? Ich will tanken. Ach so. 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 19,93. Au. Ja, war gut, ne? Hä? Hat sie Ihnen auch gefallen? Ja? Da lächelt die nur, wa? Ja. So, Besen. Pass auf, Besen. Besen. Ähm. Halte, LNBG und Fußautofahrerfahrer, um den Schmutz von der Boden zu entfernen. Ja, das jede. Ah, jetzt. Ja, guck mal hier. Schön. So. Er ist aber ein hartnäckiger Fußabdruck. So. Ich besen den ganzen Tag. So, pass auf. Wie geht das denn weg hier? Geht das weg? Ne. Warum? Geht das nicht weg? Ne. Lauf mal dabei nach vorne. Was kostet der Spaß? Was für ein Spaß? Brian. Ja, gut. Und dich? Jogos, grüß dich. Geht das nicht weg? Doch. Hä? Der ist gerade weggegangen, ne? Aber wie? Was habe ich gemacht? Weiß ich nicht, Dribbel. Ich habe das Geschenk bekommen, das Spiel. Oh. Okay. Ja. So. Aufgabe. Bestell die Müllabfuhr am Computer. Ne. Ach, scheiße. So. Okay, pass auf. Müllabfuhr. Bestellung. Kostet nichts. Ereignis. Dennis? Dennis wird gelegentlich erscheinen und Graffiti an die Wände malen. Bitte. Verscheuche ihm, indem du Gegenstände nach ihm wirfst. Im Verlauf des Spiels werden neue. Wo ist denn der Vogel? Ey, du. Alter, das ist Gas, oder wat? Was ist denn das für ein Assi? Warte mal. Erst mal tanken. Ja, lacht du nur, du kleiner Drecksack. Ich komme jetzt. Warte. Was für ein Balk, wa? Was ist denn das für ein Assi? Was ist denn das für ein Assi? Ja, nice. Ich weiß. Wo ist der? Der kleine Assi. Müllabfuhr war da. Okay. Ne, war nicht da. Müllabfuhr war nicht da. Hey, wo ist der? Was denn das? Der kleine Pisser, wa? Da kommt die Müllabfuhr. You suck. Ich gebe dir gleich auch eine Sack. Wo ist der kleine Assi? Wie krieg ich das weg? Mit dem Besen, oder wat? Ne, ne? Wie geht... Ach, ein Farbroller. Ach, hier ist der Müllmann. Ja, dankeschön. Was machst du denn da? Das ist ja wie ein GTA. Schönen Tag noch. So. Ich brauche einen Farbroller. Pass mal auf. Dieser kleine Assi. Oh, hier. Warte, nimm den noch mit. Hier. Hallo. So. Okay. So, ich brauche eine Farbrolle. Werkzeuge. Hier. Farbrolle gekauft. Okay. So. Nach der Farbe auszuwählen. Nähere dich an der Wand drücke. Malen zu Beginn. die Farbe auszuwählen. Malen zu Beginn. Achso. Da. Ach, guck mal an. So. Ja. Alter, hat der hat den Scheißhaufen hier an die Wand. Was ist denn jetzt? Achso. Ja, schön. So. Wir machen das richtig hübsch hier, ne? Ja. Warte, 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 warte. Hä? So? So. Und dann machen wir hier. Was passt gut dazu? Das. So. Ne, das sieht scheiße aus, ne? Warte. Machen wir so. So. Warum wie im Grünen bleiben? Was muss ich denn machen? Wie im Grünen. Matrizin, wie geht's? Was für ein Grünen. Ach, das darf. Ja, wie mache ich das denn? Wie kann ich denn da hinkommen? Ich weiß. Ich halte nur die linke Maustaste gedrückt. Wie kann ich denn das? Hä? Achso, ich halte das dann dauernd gedrückt. Wie kommt denn das Ding wieder dahin? So, jetzt. Nee. So, jetzt. Nee. Ist das denn, kriege ich da Punktabzug oder was? Ach, Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Mit Gefühl. Was? Matze, danke schön für den zehnten Monat. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Player grüßt dich. Galligan, wie geht's dir? Niki Kettner. Mackie grüßt dich. Alles gut? Mackie ist da. Ich verstehe das nicht. Ja. Guck mal. Wie mache ich das denn? Um erfolgreich zu sein. Wie kann ich denn jetzt da... Ich kann doch nur linke Maustaste drücken, mehr nicht? Halte LMB steht da. Ach, und dann loslassen? Oder was? Gerrit ist schon ein cleveres Kerlchen, oder? Ja. Dauert zwei Watt länger, aber... Ne? Styrianer. Let's Play grüßt dich. Unten ist jetzt Farbe auf dem Boot. Och, nee. Wirklich, shit. So. Ich bin echt gut, ne? Oh. Ja. Ich bin echt gut, ich bin echt gut. Ich bin echt gut, ich bin echt gut. Oh. Oh. Scheiße. So. Guck mal, der Puff ist bald fertig. Ja. Ja. So. Oh. Muss ich dann gleich Farbe bestimmt wegmachen, ne? Ja. Guck mal, ich wollte gerade sagen, jetzt klappt's gut, wa? So. Okay, ich glaube, ich glaube, das ist das letzte jetzt, ne? Ne, hier noch. Den Balken. So. 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 Ja. Guck mal. Schön. Ach nee, hier war ich auch noch. Huch. Ja. Das ist gut. Das ist gut. War das Dach auch? Finde das richtige Werkzeug, um den Kofferraum des Autos aufzum- Oh. Ich hab Kundschaft. Guten Tag. Warten Sie, ich komm. Hier. Der begrüßt dich, wie geht's dir? Yoko, alles fit? Yoko ist da. Wie viel krieg ich die? 19,5? Oh. Ja, habt ihr was mehr reingetan, ne? Fest ins Studio, trainieren? Hä? Wie, die haben wir gar nicht mit einem reden und so, ne? Schon ein bisschen assi. Ich soll das hier aufbrechen, oder? Rüste den Dietrich. Was denn da? Das Schloss knacken. Ach du Scheiß. Wie geht das? Drücke A, J. Ne, wat? A, D. Okay. Das wohlgemälde, was denn das? Ein Dust Bowl-Gemälde. Habe ich gerade ein Bild gefunden, oder was? Warte mal. Ähm. Hier. Was ist das? Hier, das kann ich aufhängen. Oder? Ja, schön.